Magst du mal gerade zum Seiteneingang kommen, eventuell? Ich frage mich gerade, wo bauen wir eigentlich hier die Treppe rein? Überlege ich mir noch. Komm mal runter. Wo? Seitenausgang. Welcher? Gibt nur einen. Der, wo kein Laufstall ist. Okay, dann ist es wahrscheinlich gerade der andere von dem, wo ich gerade hingelaufen bin. Ja. Ein paar Sekunden, ich mache hier gerade nur einmal die Decke zu, an der Stelle, wo ich gerade bin. So. So, was ist? Komm mal runter. Dann muss ich aber da hinten wieder hochtraben. Ich bliege dich hoch, jetzt komm runter. Ist das doof? Gerne. Ja. Ich muss dir mal kurz mobsen zum Gucken. Komm wieder raus. Ich war noch nicht fertig mit dir. Habe ich gesagt, dass du gehen kannst? Komm wieder her. Ich komm wieder. Ist okay. Ich habe doch gesagt, ich fliege dich hoch. So. So besser? Welches? So. Irgendwie nicht. Nein. Was mache ich denn damit? Das eine ist zu viel und das andere ist zu wenig. Das eine ist zu viel und das andere ist zu wenig. Oh, Yoshi scheint mit Streamen fertig zu sein. Was tust du? Was tust du? Wurde ich nicht mehr in den Kater hin verkrümelt. Naja. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Oh doch. Dein Kater? Nein. Im Chat. Ja, habe ich auch schon gesehen. Wurde ich auch einmal kurz schlafen? Ja. Ja. Ich habe auch schon gesehen. Ich weiß ja nicht. Oh, nice. Irgendwie unhappy damit. Problem für später. Ja. Haben wir eigentlich noch mehr Laternen? Äh, ja. Ich habe 28 im Inventar. Her damit. Da, hast du mal 10 Stück. 12, aber danke. Ist okay. Auf jeden Fall ist das mal was anderes, als die ganze Zeit Burgmauer zu bauen. Oh ja, und so viel interessanter. Ja. Oh ja, und so viel interessanter. Ups. Oh, wildes Lied. Das ist jetzt. Weißt du, was ich gerade gehört habe? Nein. Draußen hat gerade irgendjemand einen Böller abgeschossen. Oh, okay. Wir haben Mitte Mai. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, gerade eben oben extra ein Crafting Table hingesetzt zu haben und ich falle hier extra runter, um mir Oak Slabs zu bauen. Und noch ein Böller. Hm, cool. Wie gut, dass meine Katzen drin sind. Ja. Ich hasse Menschen. Was halt auch ein bisschen was blöd ist, ist, du kannst halt keine Michheit sagen in dem Fall, weil er die Polizei oder das Ordnungsamt bei dir in der Nähe ist, ist derjenige schon längst weg. Das ist ja das Nervige. Vor allem jetzt in dem Fall hat es tatsächlich mal zweimal geknallt, aber ganz häufig, wenn es knallt, knallt es ja auch wirklich nur einmal. Ja. Und selbst wenn es zweimal knallt, ja, da brauchst du die Polizei halt wirklich nicht rufen. Das ist ja das Dumme. Die wissen ja in der Regel, dass sie das eigentlich nicht dürfen und sind dann entsprechend auch nicht erwischbar. Ja. Ups. Er hat meine Treppe verbaut. Alter. Was an Local, habt ihr nicht verstanden? Ja. Dinge, mit denen man auf einem Community-Server rechnen muss. Ja, ich weiß, aber das ist immer so. Ja, klar. Wir haben schon extra die Option von Local und Global Chat, weißt du? Dann nutzt es doch bitte auch. Das ist ja im Stream genauso. So, wie oft habe ich Yoshi im Stream schon sich mehr oder weniger aufregen hören, weil wir extra für den Stream das überhaupt eingerichtet haben, damit Yoshi im Stream halt nicht mehr mit sämtlichen Privatkonversationen genervt wird. Und dann hast du so Leute, die halt permanent alles im Global Chat schreiben. Digga, dafür ist der nicht gedacht. Ja, als wenn die so einen Autoklicker programmiert hätten. Grundsätzlich Ausrufezeichen davor setzen. Ja. Aber wo wir gerade schon mehr Menschen sind, die Dinge nicht verstehen. Ja. Wir hatten heute auf der Arbeit auch wieder so ein paar Knaller davon, ne? Ja. Also manche Menschen. Da fällt dir nichts mehr ein zu. Wirklich nicht. Kunde kommt rein. Ja, wo habt denn ihr Frisbees? Ich sage euch bei den Sommersachen und zeige auf die Sommersachen. Achso, da ganz hinten im Laden? Ne. Ein Meter von dir entfernt, da wo ich gerade drauf gezeigt habe. Lauter Sommersachen. Ja. Ja. Achso, ja, okay. Okay. Ich weggegangen, meine Arbeit weitergemacht. Keine fünf Minuten später kommt er zu meiner Kollegin. Ja, wo haben sie denn die Frisbees? Gib die ihm exakt dieselbe Antwort und er zieht wieder los. Da wo die Sommersachen sind. Im Endeffekt hat er sie dann gefunden und hat sie dann nicht mitgenommen, weil das Firmenlogo drauf ist. Ja. Alter. Ich habe dir schon gesagt, wo sie sind. Warum kommst du dann nochmal angelaufen und fragst eine andere Kollegin, nur um die selber Antwort zu kriegen? Ja. Lieben wir. Passiert. Ja, das ist immer wieder super intelligente Menschen. Ich hatte auch noch einen Kunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, nach was der gefragt hat. Aber der kam auch rein, fragte nach was habe ich ihm gesagt. Das finden sie da und da. Und scheinbar, keine Ahnung, war er irgendwie sauer, weil ich nicht mitgegangen bin und es ihm gezeigt habe oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er dann nicht mal gucken gegangen, da wo ich ihm gesagt habe, dass es ist. Sondern hat dann so den Laden mehr oder weniger sauer verlassen und kam nicht wieder. Ja. Okay. Kann ich dir auch nicht helfen. Das sieht doch schon richtig schick aus hier. Weißt du, was ich jetzt mal holen fliege? Was denn? Weißen Beton. Ja. Ich weiß, die hatten damals noch keinen Beton, aber... Ist okay. Das sieht in Minecraft einfach am schönsten aus. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich mit diesen tatsächlichen weißen Fachwerkhäusern? Wurden die einfach im Nachhinein weiß gestrichen oder was haben die damals genommen, dass das weiß wurde? Das kann ich dir sagen. Das ist Kalk. Oh. Kalkfuss. Da hätte ich aber drauf kommen können, das stimmt. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass Beton in Minecraft manchmal echt nervt? Habe ich schon mal erwähnt, dass Treppen in Minecraft manchmal echt nerven? Knoten in der Zunge? Manche Sprache, manchmal schwere Sprache. So. Mampfi, Mampfi. Ja, und ich bin manchmal so schlau. Und ab dafür. So. Jetzt wieder das hier abbauen. Look. Was machst du? Ach so, Fachwerk. Aber hier musst du es noch nicht nach vorne, oder? Das war nur so eine Idee. Nein, du musst es nicht. Spinnst du? Was ist? Ich stand da noch drauf. Oh. Blödes Kasu. Sorry. Aber nein, da muss es noch nicht nach vorne. Bring mich nicht um. Soll das hier den ganzen Weg, oder soll da nochmal einen Stamm rein? Da würde ich sagen, machen wir ein großes Fenster und einen Stamm rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Rein theoretisch dürfte hier die Mitte sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Bitteschön. Da dürfte die Mitte sein. Das da weg. Das da weg. Da hin. Da hin. Oh, das wird hübsch. Oh. Okay. Der Server möchte mir diesen Baumstamm nicht anzeigen. Den hier auch nicht. Und den hier auch nicht. Die Uhr läuft aber noch. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Wie hoch wird das? Habe ich noch nicht geguckt. Ich weiß halt auch nicht, ob ich es zu hoch machen würde. So, und so würde ich das hier eventuell machen. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist halt die Frage, wollen wir hier wirklich nochmal eine komplette Etage draus machen und dann das Dach drauf oder ist das hier quasi schon der Dachstuhl? Ich würde noch eine Etage machen und dann das Dach anfangen Aber eine niedrige Etage vielleicht, oder? Also ich würde jetzt hier keine, ich sag mal, sechs Block hohe Etage drauf knallen Nein Aber ich sag jetzt mal so vier Blöcke, dass man da vernünftig stehen kann, eventuell zwei Kisten übereinander hin stapeln kann Dass das eventuell so auch als Lager für die Burg vielleicht fungieren kann Ich hätte jetzt gesagt Eins, zwei, drei, vier Und hier nochmal dann nach außen und dann das Dach drauf setzen Und dann quasi so Dass die Decke über vier Blöcken ist Und dann kann man hier außen an dem Blöcke schon ein Dach anfangen Also dass dann, guck mal gerade Hier quasi schon das Dach anfängt Oder findest du das doof? Ich habe eine Idee, was das Dach betrifft Mann, was machst du denn da? Das kommt nachher weg Ne, wenn ich das jetzt unter mir abbaue, dann fall ich tief Was tust du? An der Stelle das Dach anfangen Du wirst sowieso nicht auf mich schauen Das ist doch viel zu hoch, Kasumi Was machst du denn da? Mach Ich platziere gerade nur eine Treppe verkehrt herum Ich glaube, wir müssen diesen Balken einen tiefer platzieren Really? Was? Was meinst du? So, schau mal von außen So sollte das Dach eventuell kommen Das ist doch viel zu hoch Ja, dann fängt das halt einen tiefer an Das ist doch zu hoch Ja Dann fangen wir halt damit einen tiefer an Dann wird dieses Gebäude halt noch riesiger, als es ohnehin schon ist Okay Fangen wir an, tief an So langsam komme ich aber tatsächlich an den müden Punkt Okay Sollen wir das Dach trotzdem mal so lassen? So als Idee, wie das Dach dann wird? Ja, lass mich stehen Wir können ja dann in der nächsten Aufnahme in Ruhe gucken, was wir damit machen Genau Wir müssen ja die nächsten Tage sowieso noch ein bisschen vorproduzieren Ja Ja Da steht ja ein Umzug irgendwo an Richtig Yay Ich bin froh, wenn ich das hinter mir habe, Alter Na dann So, wo soll ich hinkommen? Ich würde sagen, du kommst hier hoch Und dann sagen wir, das soll es für die Aufnahme mal wieder gewesen sein Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bye Ciao